AXLIS Video Studio präsentiert Ja, ich bin gut angekommen in Kobolk, hier sehen wir die Rukobolk Arena, hier finden die deutschen Karate Meisterschaften statt. Judekan Frankfurt 1 in Rot, Judekan Frankfurt 2 in Blau. Beide Teams aus Essen. Die Rukobolk Arena Komm mit mir. 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 Komm mit mir. Die Rukobolk Arena Jan Raku! 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 Achtung! Ayo! 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 Applaus Achtung! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.